Bei einem Blick nach hinten sieht man den kleinen Wasserfall. Die ersten paar hundert Meter kann man in den schwer zu begehenden und wasserreichen Snake Canyon hineinwandern. Untertitelung des ZDF für funk, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Bei Felsen ist dann das Ende des wunderbaren Bereichs des Snake Canyon erreicht. ZDF, 2020 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 ZDF, 2020